Sobald ich das Modul starte, verbindet sich das Programm via Bluetooth mit dem SpeechLink-Kragen. Auch hier haben wir wieder die Darstellung der beiden Audiogramme. Auch hier wieder die vorberechnete Sprachbanane. Einen Signalgenerator auf der linken Seite und diesmal kein Fenster für Simulation, sondern für Messung. Der altbekannte Lautstärkeregler. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel eine Messung in situ zu starten, einfach durch das gesprochene Wort. In diesem Fall startet nur die rechte Seite. Sollte ich die linke Seite messen wollen, klicke ich die linke Seite an. Und sollte ich beide Seiten gleichzeitig messen wollen, dann den Button für Binaural. Hier oben in der Darstellung haben wir die VU-Meter für die Eingangslautstärke, so wie sie am Referenzmikrofon gemessen werden. Und das sind die FFT-Werte, also Frequenz über Pegel, die am Sondenmikrofon anliegen. In diesem Fall liegen die Sondenmikrofone hier noch frei. Das heißt, es ist noch keine Hörgeräteversorgung erfolgt und die Sondenschläuche sind auch noch nicht im Ohr. Ich kann diese Messung starten, pausieren, dann hält sie einfach an und ich kann sie stoppen. Sobald ich die Messung stoppe, schreibt das System eine Kurve über die Spitzenwerte. Und zeigt diese in der Legende farblich kodiert an, sodass man sehen kann, mit welchem Eingangspegel die gemessen wurde und welche Signalart dort vorgelegen hat. Dies kann ich weiter benennen und über den Speicherbutton unter NOAH speichern. Ich kann diese Kurve ausdrucken. Ich kann sie bei Misserfolg der Messung löschen, über die Funktion gewählte Kurven löschen. Und wenn ich mehrere Kurvenscharen aufgenommen habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, alle Kurven zu löschen. Über den Momentaufnahmenmodus kann ich schnelle Kurvendarstellungen festhalten. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, bei einem schnell vorübergehenden Ereignis per Mausklick einfach eine bestimmte Situation festzuhalten. Und es schreibt im laufenden Betrieb eine Kurve. Die ist bezeichnet mit Momentaufnahme und hätte ich zum Beispiel ein schnelles oder verstecktes Feedback, dann könnte ich das nachher lokalisieren. Dort. Der Cursor zeigt mir immer die jeweilige Frequenz und den jeweiligen Pegel genau an. So muss ich spitzen oder Taylor nur anfahren mit dem Cursor und habe genau den Wert. Den ich suche. So. Wir löschen das nochmal. Das zur Bedienung des Sprachmapping. Wir schauen noch einmal auf die obere Leiste hier. Hier haben wir die Möglichkeit, also sämtliche Messungen in NOAH unter NOAH abzuspeichern, unter unserem Kunden. Ich kann meine Kurvenschaden ausdrucken. Ich kann die letzte Messung rückgängig machen. Ich kann das zu messende OH auswählen, was ich hier in dem Messfenster auch machen kann. Ich kann mir die Patientendaten ansehen und ich habe hier eine Möglichkeit, weitergehend Optionen einzustellen. Das betrifft die Darstellung und die Schnelligkeit der Darstellung, der FFT-Darstellung und die Auflösung. Verschiedene andere Geschichten, wie das System aufstartet und so weiter. Eher was für Spezialisten oder für denjenigen, der es bei Ihnen installiert. Über die Hilfe komme ich in das Hinterlegte-Hilfe-Programm. Ein sehr aufwendiges und ausführliches Hilfeprogramm. Über den Navigator navigiere ich in der Visible Speech zwischen den einzelnen Modulen hin und her. Über das Audiometrie-Fenster kann ich in der Otosuite zu einem Audiometer schalten. Das funktioniert im Moment mit der ITERA und mit dem XETA-Audiometer von Otometrix. Ich habe die Möglichkeit, zwischen HL und SPL-Ansicht umzuschalten. Das kann ich in den Hörverlust- und Hörgerätesimulatoren genauso. Ich kann die Ansicht zwischen monaural, links-rechts oder binaural ändern. Die Texteinblendung hatten wir eben schon. Ich kann die Kurvenlegende einblenden, stattdessen Overlays ausblenden. Und hier ist die Funktion für die Schlauchkalibrierung. Die kann ich hier starten. Die Schläuche werden vor die Referenzmikrofone gesetzt. Dann starte ich die Kalibrierung und danach ist das System kalibriert. Über den On-Top-Modus wechsle ich die Ansicht auf die reine Darstellung der beiden Audiogramme. Ich habe hier die Möglichkeit, meinen Signalgenerator anzuwählen und kann hier eine Messung starten. Diese startet dann über jeder anderen Anwendung. Ich habe die Möglichkeit, das Fenster zu skalieren, kleiner oder größer zu machen und kann das direkt über meiner laufenden Anwendung, Programmiertools und andere Software laufen lassen. Hier wechsle ich wieder zurück zur normalen Ansicht. Gehen wir noch einmal kurz durch die obere Dateileiste. Modul schließen erklärt sich von selber. Ich kann hier neue Messungen anfangen, Speech Mapping. Ich habe die Speicherfunktion, Exportieren der Daten in andere Anwendungen. Ich kann die Druckeinstellung vorwählen, die Seiteneinrichtung, eine Vorschau oder die Druckfunktion. Ich kann hier noch einmal alle Kurven löschen. Ich kann Kurven kopieren und einfügen. Ich habe die Möglichkeit, hier noch einmal die Patientendaten anzugucken, gewählte Kurven zu löschen. Und habe hier die Möglichkeit, die Ansicht zu ändern. Ich kann hier von Visible Speech auf Audimetrie wechseln. Das ist noch nicht ausgebaut. Von HL in SPL, die Darstellung links, rechts, die Overlays, die Legenden und so weiter und so fort. Die Steuerung für die Messung, Stopp, Start, die Spitzenwert halten oder zurücksetzen. Der Konfigurationsassistent unter Werkzeuge ist für die Installation, die Kalibrierung, so wie hier hinter dem Button hinterlegt. Option haben wir da vorne auch schon gesehen. Und hier die Hilfefunktion. So, das war es in groben Zügen zu der Bedienung der Visible Speech. Und wir machen gleich weiter mit der praktischen Anwendung.